Ahoy Leute, willkommen mal wieder zurück zu einem epischen Let's Play mit zwei kampferprobten Weggefährtenen und ihren Dodges und diesem fliegenden Wurm-Monster-Albtraum, was auch immer du darstellen sollst. Wir sind wieder in Titanquiz angelangt im fernen Orient mit unserem epischen Weggefährten LaFishy und natürlich mir, der werten hübschen Chantal. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, endlich mal wieder nach, ich weiß nicht, ein paar Monaten? Drei? Zwei? Ich schätze mal mindestens zwei. Und wir gehen jetzt hier nochmal das gleiche machen wie in dem letzten, äh, ich sag jetzt mal Part auch, der nie online gekommen ist. Bei mir sind ja schon zwei nicht online gekommen, nee. Oder haben wir die? Ich weiß gar nicht, warum der nicht online gekommen ist. Ich glaube, ich hab den komplett ausgeblendet. Ich glaube, du hast vergessen, den hochzuladen. Ja. Oh, na, keine Form, direkt bekommen. Ich sehe die Gorge. Kurzes Dings, äh, ich hab meinen Stauraum, hab ich so halbwegs, ist rüberkopiert, den hab ich, äh, über Inventory Editor hier noch in mein Inventar gepackt. Und dann hab ich den, ähm, in meinen jetzigen Stauraum gepackt. Ich hab den dann noch neu gekauft, aber sein Zeug ist alles verloren, weil das aus einem alten PC ist und sein alter PC ist jetzt tot. Er steht neben mir. Und läuft sogar. Ja, aber tot im Sinne, du hast alles gelöscht oder so. Naja, tot im Sinne von, er ist komplett mit Viren verseucht. Und ich hab's gerade geschafft, ähm, Le Fischi hier runter zu ziehen. Also mein, mein Safe Game. Ich find mein Zutann richtig geil, merk ich gerade. Ja, es hat sich... Kleine Projektinfo nach diesem Spiel, oder während dieses Spiels, wird irgendwann Grimdorn bei uns beiden erscheinen. Bei ihm ist es ja schon zweimal erschienen. Aber ich denke mal, oh Gott, ich bin fast tot. Dann wahrscheinlich so ein bisschen als Multiplayer. Ein bisschen. Vollkommen. Ein bisschen. Nein, nein, nur ein bisschen. Du liest aber alles auf Englisch vor, bitte. Okay. Ich hab übrigens keine Ahnung, aber ich hab immer nur 18 FPS. Und das, obwohl ich einen relativ guten Rechner habe. Relativ guten, er hat den gleichen wie ich, also wer hat es verdammt gut. Was ist das denn, was ist das für eine Muschi? Oh, die kennen wir ja zum Glück noch nicht. Zum Glück habe ich das Gedächtnis, dass ich wirklich ihn nicht mehr kenne. Boah, du lagst gerade ein bisschen. Ja, er portet sich immer nach hinten. Ach, du hörst das gerade. Ich weiß. Boah, ja. Wahrscheinlich. Also wer noch nicht weiß, was ich jetzt für ein Rechner habe, ich habe ein Infovideo jetzt so hochgeladen. Und kann man sich ja mal reinziehen. Du meinst, falls Jörg es noch nicht weiß? Ja, ja. Ja, guckt man aber momentan nicht. Also von daher. Ja, momentan hast du ja keine guten Videos. Naja. Ich bin gerade beim Messer irgendwie nach hinten geworfen, weil ich, weil es zum nächsten Fortress ist. Ja gut, stimmt. Cry of Fear ist halt immer so die Frage, ob man es geil findet. Die Frage ist immer so, ob du es hochlädst. Ja. Ich sehe täglich so, Kishi, den Video hoch, du so. Kishi hat ja auch alle schon vorbereitet. Ich kann ja immer noch nicht planen. Wieso nicht? Weiß ich nicht, weil ich kein YouTube Partner bin. Wieso? Du bist halt einer. Wieso kann ich mir das Geld nicht machen? Oh, ich bin fast tot, merke ich gerade. Naja, falls ich ein bisschen fehle, ich bin ein bisschen Grimdown gewöhnt. Ach, da ist alles ein bisschen anders. Hat er was Hübsches verloren? Ich will das Grüne haben. Ich will das Blaues. Dann will ich das Blaue haben, was aus diesen Kisten kommt. Naja. Zyklopischer Schild. Okay, du kriegst das Blaue aus den Kisten und ich krieg das Grüne. Du hast es näher gesagt. Tut mir leid. Was war denn das Hübsches? Weiß ich gar nicht. Ich habe ein Schild, aber den brauchst du wahrscheinlich sowieso nicht. Ich habe ja eine blaue Formel, merke ich gerade, also die nächsthöhere. Verfluchter Hanisch, kannst du haben. Ist wertlos. Geht mal her. Nein, den kriegst du nicht. Ich will den haben, ich brauch den. 46 Rüstung. War das jetzt? Ja? Was ist mit dem Totenkönig hier? Den haben wir doch abgemurkst. Haben wir? Kurz mal ranzoomen, klau es ab. Na, was ist mit dem? Keine Ahnung. Oh. Digga, wir verfolgen die Story doch hier nicht. Ja, aber es hat mich interessiert, warum der hier liegt. Weil er tot ist. Oh, danke. Bitte. Ich will den Schild Hanisch haben, wie gut ist der? 46. Oh, ich habe nicht zugehört, dann brauch ich ihn nicht. 42. Brauch ich immer noch nicht. Wahrscheinlich ist er so übertrieben gut und du willst ihn einfach nur für dich behalten. Du hast auch nur ein bisschen vergessen. Nein. Äh, weißt du, wo es weitergeht? Warum haben wir den eigentlich getötet jetzt? War das eine Quest? Ja, das war eine Quest. Dafür haben wir doch letztes Mal diese überkrassen Amulette gekriegt. Nein, die haben wir schon seit, die habe ich, das habe ich schon seit, äh, seit Dings, seit Italien haben. Ne, stimmt, die haben wir gekriegt, ähm, die haben da irgendeine Rüstung für gekriegt und dann ist dein Spiel abgeschmiert. So war das. Stimmt. Überall, ja, hier sieht man es auch, auszehrende Schamsche, auszehrende Schamsche, das hört sich an wie ein Messer, so wie ein Schwert habe ich durchbekommen. Ja, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr aufzugucken. Oder die Tore-Daten des Kaisers. Habe ich das Puppenmeister-Teilsmann, was irgendwie für eine Scheiße war, das habe ich einfach verkauft. Und zwei Tributpunkte, die habe ich natürlich beide direkt hier reingeschaut. Das war das. Wir haben da zwei Tributpunkte bekommen. Alter, ich habe gerade so einen Scheiß. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Und es fehlt immer noch eine Quest, aber die können wir nicht machen. Doch, die können wir machen, aber da haben wir keinen Bock zu, die sind in den Bergen. Ja, da müssen wir zurückgehen für. Aber ich glaube, das ist sogar ein Portal. Oh, da sind Schergen. Nein, da war doch kein Portal. Das war doch diese komische Dingstadt, oder? Oh, sind die schwach. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, da war ein Portal. Ich weiß es nicht genau, können wir auf Ländler gucken. Also ohne Aufnahme. Oh, ich habe doch einen Bogen. Habe ich auch. Ich habe doch einen gesplitterten Bogen als Zweitwaffe. Ich habe auch einen Bogen als Zweitwaffe. Wieso ist mein Bogen weg? Äh, was? Ich habe so eine Geschicklichkeit für meinen Speer. Stimmt, das war ja das Problem, wenn ich auf meinen... Ach, Mann. Warte, ich brauche mal kurz irgendwas mit Geschicklichkeit. Ja, ich habe ein paar Skalette gefunden. Ach, meine Fresse, ey. Das ist doch kacke jetzt. Das habe ich vergessen. Ich darf keine Waffen wegzuhalten. Okay, ne, ne, schon gut. Trenn einfach weg. Ich geh jetzt. Wo sind nicht dein ganzes Viecher hin? Sind die gerade gestorben? Ja, die sind im Palast gestorben, Mann. Halt die Fresse. Gott, dieser Typ geht mir auf den Sack. Boah, halt die Fresse. Ich denke immer, du meinst mich. Oh, wie gemein. Nein. Halt die Fresse. Ach, Scheiß. Ja, mir auch, Alter. Das ist eigentlich so das Beste. Hast du zufällig einen Ring? Du kriegst ihn auch sofort wieder. Wolltest du ja nicht. Hast du einen denn nicht? Habe ich einen? Ich brauche irgendwas mit Geschicklichkeit, Mann. Ich habe auf keinen Geschicklichkeit. Ich habe nur zwei Geschicklichkeit drauf. Ich brauche nur zwei Geschicklichkeit mehr. Dann level mal fertig. Nur ein. Ich brauche nur ein Geschicklichkeit mehr. Würdest du mich ficken? 18 Geschicklichkeit. Oh, was bringt mein Helm sonst so? Ja, ich habe nichts mit Geschicklichkeit. So, kannst du wieder benutzen. Tschüss dann. Kommst du mal bitte her. Ich will irgendwas kaputt machen. Ich habe mir nur kurz einen anderen äh... Wo müssen wir überhaupt hin? Weiter nach da. Vor allem im Jinkertal. Wollen wir da hin? Ja. Bestimmt. Müssen wir da hin? Ich kenne das nicht. Ich auch nicht. Also da ist der nächste Brunnen. Da unten müssen wir lang. Wollen wir da nicht schon? Sind wir nicht von da gekommen? Nein, sind wir nicht. Nein, hier ist alles schwarz. Wollen wir hier lang? Weiß ich nicht. Oh, ich weiß, was hier jetzt kommt. Wir haben nach links aber noch und rechts noch was. Wo denn? Oh ja, stimmt. Okay. Wollen wir nach links gehen? Ich weiß nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Es ist zu lange her. Alter, weißt du, wie lange das her ist? Nö. Zu lang. Oh, es ist... Was? Es ist schon... Es ist schon 9 Uhr? Ja. Was für mich übrigens momentan übertrieben spät ist. Was für mich so... Aufstehzeit ist? Nein. Fast. Du musst ja nicht arbeiten. Du auch nicht. Ich guckst da sowieso nur Blümchen zu, wenn wir wachsen. Boah, wie erschömmig, dass ich die letzte Woche mal gemacht hätte, Alter. Nö, wir übrigens auch super. Den Nist... Hab mich grad geheilt, sorry. Ich krieg auch richtig auf die Fresse. Du kannst diese Tür nicht öffnen. Und das ist hier das Tor, was nie aufgeht? Gesperrt, von Aufgabe versiegelt. Häs? Leon meinte irgendwie... In der Stadt gibt's irgendwie ein... Äh... Tor, was nie aufgeht. Kann sein, dass das ist... Wollen wir nach oben gehen? Oder wollen wir... Nach rechts hier? Wollen wir weiter gehen? Ne, wir können doch hier nach rechts gehen oder nicht. Ja. Da steht noch ne Quest, glaub ich. No. Die Tür ist verschlossen. Die auch! Aber er sieht uns. Am Arsch, Digga. Am Arsch. Wir sind zu viele Mannschafts auf der anderen Seite. Warte. Das Tor ist geschlossen. Es sind zu viele Mannschaften auf der anderen Seite. Okay, er sagt aber auch nicht warum. Wir können das Tor nicht öffnen. Dies ist unsere letzte Verteidigung. Ich glaub, wir können von der anderen Seite aus rein. Bei dem Tor stand keiner, ne? Ne. Ach, keine Ahnung, man. Die überfordern mich. Was machst du? Wo willst du hin? Nach oben gehen. Da war auch noch ein Weg. Ja? Okay. Oh, hier die schönen Cashbone. Alter, haben wir grad hier ne extremen Verzögerung? Ja, Mann, aber richtig schlimm. Hier war doch kein Wissling aus, wie ein Weg hier. War ich nicht um den Weg? Vier Sekunden Verzögerung. Geil. Oh, ja. Geil. Nimm den Geil in den Mund. Was? Da muss er sofort an wie... Was? Egal. Oh, Gott, ich hab Rückenschmerzen, Alter. Kommst du? Warum? Du hast dich grad vor mich geportet. Ich bin einfach da durch den Weg gegangen, wo wir grad waren. Ja, aber du bist auf einmal vor mir gewesen. Ja, ich bin anders gegangen als ich spiele. Ich hab die Abkürstung genommen. Okay. Da war nur ein Tor nach unten. Okay. Du weißt, was hier kommt? Ich hab noch nie so weit gespielt gehabt. Erstmal ein Arsch voll Tigermenschen. Ein Arsch voll? Oder zwei Arsch? Bin tot. Nice one. Okay, merke. Ich sollte nicht so unterschätzen, wie stark die sind. Och, du weißt ja auch nicht. Äh, YOLO. Oh, doch kein YOLO. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Falle, mach doch was. Warte, scheiße. Hilf mir. Wie viele einfach nur, Alter. Ich muss erst mal einen töten. Ich hab sie gestunt. Mach jetzt was. Jetzt sind noch fast alle Trupps auf zwei. Boah, dass du im Kreis läufst, Alter. Dafür würde ich dich umbringen. Statt, dass du mal so hin und her läufst. Nein, du läufst wie so ein richtiger Huren. So in einem Kreis. Ja. Jena läuft im Kreis. Wenn ich hin und her laufe, dann muss ich durch die durchlaufen. Dann kriege ich Schaden von denen. Boah. Für sowas könnte ich dir jedes Mal, könnte ich dir schießen, Alter. Ich hasse das. Gehen wir oben lang? Ja. Unten geht's weiter. Ich kotze gerade an, dass du nur 26 FPS hattest. Ich kotze gerade an, dass du 60 FPS flüssig hattest und nicht lag. Aber Arsch. Ist das hier Leis? Leis Feldel? Leis Feldel? Oh. Ja, Reis sieht ja auch aus wie Korn. Genial. Ich bin kein Gärtner oder Bauer. Ich bin auch kein Bauer. Ich habe auch noch nie Reis. Doch, ich habe schon oft Reis gesehen. Okay. Wir haben leider keine Kunden, die Reis anbauen. Das wäre super. Jörg, lass uns mal ein bisschen Reis anbauen. Ich will auch Reis kaufen. Und das Geld. Ach, X war das. So, ich will die ganze Zeit auf, äh, alt drücken. Ja, bei mir ist es schon auf, alt. Bei mir nicht, weil ich das nicht umgestellt habe. Tee. Wollen wir nicht sagen, weißt du, wie das geht. Ist doch so schwer. Na, guck mal, Arschwolltiger. Oh Gott, ich bin gleich tot. Guck mal, äh, was ist denn das nicht, weil ich das mache. Bis dann. Oh, ich mach denen gar keinen Schaden. Bin tot. Ja, ich auch. The one heads up nicht fast. Ja, mich auch. Ich stehe mittendrin, volles Leben, volles Leben. Ich brauch so lange, um dieses scheiße Spell zu casten. Mein Gott. Willst du ein Portal? Hast du. Wollte ich eigentlich nicht, weil es genau nebenan ist, aber okay. Genau nebenan sagt er. Und ist da. Okay, ich merke schon einen krassen Unterschied zu Grimdor. Ja, wir sind, also du bist nicht mehr so op. Ja, und meine, äh, mein Mana ist so richtig wenig. Ey, Grimdor ist schwer. Dann nimm die Energietränke, du Held. Mach ich doch. Ja, da lag gerade einer. Der, ich muss vielleicht erst mal alle Gegner töten? Nein, nachdem wir losgelaufen sind, lag da noch einer. Direkt vor deinen Füßen. Ja, ich bin daran gefühlt, dass sie mir angezeigt werden, automatisch. Da hast du schon wieder einen Tiger reingelaufen. Das ist schön. Wobei die Weißen nicht so stark sind. Im Grimdor habe ich einfach so viel Mana, dass ich einfach meine Spells dauerhaft caste. Und ich habe einfach so gar nichts. Falls mir übrigens das Klicken von meiner Maus hört und das nervig findet, tut mir leid. Ich bin schon wieder gleich tot. Moment, ich meine Stunt. Ich bin auch gerade gestunt, glaube ich. Ah ne, ich habe gerade einfach nur schon eine Welle gemacht, die ich nicht gesehen habe, weil dann... ...server ein bisschen hängt. Alter, ich habe nur noch elf Tränke. Noch 20. Okay, die roten sind ziemlich krall. Äh, die wir ja nicht roten. Die schwarzen. Die Neger. Das war gemeint von mir, das weiß ich auch. Müssen wir oben lang? Boah, das Spiel macht mir gerade ein bisschen Kopfschmerzen so flüssig läuft das. Wie das ist viel zu überflüssig mit 60 Fp? Das ist ich mindestens 120 Jahre. Oh, kann ich hier nicht den Rand machen? Ja, ich kann den Rand noch perfekt sehen auf der Karte. Wir werden übrigens Lice-Bauern. Wir haben uns jetzt umentschieden. Wir machen uns das Pläne nicht weiter. Wir sind keine Abenteuer. Wir werden jetzt einfach hier weiter rumlaufen und Lice anbauen. Lice. Nicht Lice, nein Lice. Lice. Der heißt doch in der Fachsprache Lice. Ja. Wir sind ja professionell bei Lice-Bauern. Ich komme dauernd auf die rechte Maustaste. Ich sehe meinen Mausfall einfach nicht mehr. Ich glaube, ich brauche nur Brüder. Ich habe eine. Ich weiß, Entschuldigung. Du kostest mich richtig an beim Headset. Ich kotze, ich habe beim Autofahren an, wo du sie aufsetzen musst. Wenn du auch immer machst. Mach ich wirklich? Ja. Nein, mach ich wirklich, sonst sehe ich nichts. Oh, ja. Was? Oh, guck mal. Oh, kann man die essen? Ja, kann man. Ich bin in dir eine Delikatesse. Mantide heißen die auch so. Gelevelt. Außenpanzer. Meiner. Wie weit sind wir mit dem Spiel eigentlich schon? Nur mal so. Nach diesem hier kommt noch Hades und dann sind wir durch. Ich muss kurz leveln. Drei ungenutzte Fähigkeitspunkte? Wir bekommen drei Punkte jetzt? Hilfe. 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 Was hast du denn da mitgebracht? Meine Freunde. Lass mich jetzt bitte kurz leveln, danke. Ähm. Ich kriege jetzt mehr Mana. Ja, das bringt nur mehr Energie. Ich sollte demnächst ein bisschen mehr Mana skillen, glaube ich. Kriegt man keinen dritten Barbarenwolf? Ich glaube nicht, wieso? Weil ich immer dachte, man kriegt einen dritten. Warum skilte ich die dann überhaupt weiterrückgängig? Was kriegt man denn? Vielleicht weil sie dann mehr Schaden machen und überleben haben. Die machen dann einen Ausweichangriff. Äh, ich kann ihn aber auch einfach zerfleisch ergeben und überleben, sonst stinkt. So, Eichenherz macht jetzt ein bisschen mehr Leben. Ich krieg die Kopfschmerzen, Alter. Oh, ja, ohne Quest. Einst war ich ein mächtiger General. Ja. Ein Generalwuhestand. Aktualisiert? Wir hatten eine Nebenquest noch? Ich glaube, er hat das bekommen. Du brauchst Hilfe. Hier, du kriegst ein Messer. Ich hab nur noch neun Heiltränke. Ich hab noch neun Zehn. Neun Zehn. Guck mal, ein Stun. Wieso hast du noch neun Zehn? Das ist ja ekelhaft. Hast du dir einen abgehackt? Acht. Ha, ha. Wie lustig. Ho, ho, ho. Ich muss erst mal überlegen. Was meinst du jetzt damit? Jetzt hab ich das Zehn. Er hat das doch an ihm nicht verstanden. Okay. Okay, das müssen wir dabei erst machen. Dann muss ich es kaputt machen. Immer, ne? Guck mal. Guck mal, ein Käfer. Ein Skarabeos? Ne, warte, die war in Ägypten. Nein, das ist ein Käfer. Ein Skarabeos sind auch Käfer. Aber das sind auch Käfer. Boah, ist das schön, endlich mal wieder aufzunehmen, Alter. Ja. Boah, ich hab so lange nicht mehr aufgenommen, ne? Ich hab letztens The Walking Dead aufgenommen, weil ich gar keine Lust, das weiterzumachen. Ich hab ja neulich mit Kirschi, ähm, Cry of 4 aufgenommen, aber das ist schon voll lange her, beim neuen Parts produziert. Und einfach seitdem hab ich nicht mehr aufgenommen. Mit Kirschi will ich Wochenende aufnehmen. Hilfe. Hilfe. Hier, please. Hab grad mich selbst. Hier. Hab grad mich selbst. Mann, die sind doch nicht so stark. Da sind sie. Ich darf nicht so viel Skills benutzen. Du musst mehr Energietränke benutzen. So wichtig ist das auch nicht. Wir können theoretisch ein komplettes kleines Inventar voll machen mit Energie und Dingen strängen. Oder wie das denn ist? Ist der bald groß? Ich brauch einen neuen Bildschirm, Alter. Ja, der ist relativ riesig. Ich brauch dringend einen neuen Bildschirm, Alter. Und nach Skala von 1 bis Banane. Banane. Oh, scheiße. Naja, vielleicht auch eher Apfel, weil Banane ist Ägypten und Apfel ist das hier. Pflanzen. Ah, nicht schon wieder. Oh, was ist denn das Hässliches? Können wir es behalten? Solange nicht wieder diese Dinger kommen, die uns einfach one-hitten. Mein Headset ist jetzt grad richtig beschissen. Ich brauch ein neues Headset. Und eine neue Tastatur. Und einen neuen Bildschirm. Und einen neuen neuen. Und ein Partende. Nein, wir können jetzt kein Partende machen. Okay, dann nehmen wir gleich den nächsten auf. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.